Sie macht immer mit einem Schulterzucken, so wie im Club. Ich glaube, dass sie so tanzt. Das ist eine Macke. Erzähl mir, was das ist. Ja, das ist eine Macke von mir. Ja, was machst du da? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich würde das auch gerne wegbekommen. Das geht nicht. Na, muss sie ja nicht. Aber voll peinlich. Das war es richtig gut. Nein, was ist daran peinlich? Das ist Identität. Das bist du. Sie muss viele Termine wahrnehmen, viele Interviews geben, im Fernsehschulus auftreten. Da ist sie schon ein bisschen ausgeliefert. Und wenn sie da nicht ihre Scheu überwindet oder wenn sie ihre Identität noch nicht gefunden hat, das ist dann total gefährlich. Tschüss, Mensch. Das ist ganz toll. Tschüss. Du hast wirklich super gemacht. Ganz toll. Hat Spaß gemacht. Ja, voll. Vor allem jetzt die Adlibs. Das ist geil, oder? Das ist auch eine gute Idee. Okay, ich gehe es los. Wir sehen uns nächste Woche. Ich fahre nach Mallorca. Warum? Was machst du da? Für morgen ist Geburtstag doch. Oder ist Schule, mein Schatz? Oh, warum? Schule? Oh Mann. Egal. Schule geht vor. Ja, genau. Schule, jetzt hast du schon eine Platte. Jetzt, ne? Die Partys kommen dann später. Tschüss, mein Schatz. Tschüss. 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 Tschüss.